Herzlich Willkommen zurück zu Super Mario Galaxy. Wir sind eigentlich soweit, dass wir sagen können, wir machen heute die 60 Sterne voll und beenden die ganzen Galaxien hier. Und in der ersten Mission gehen wir in die Eisvulkangalaxie. Und zwar zu Stern Nummer 2, Lavaweg im Land des Eises. Das ist der zweite Stern, den wir machen müssen, oder machen können. Wir haben ja sonst Komet jetzt hier gemacht und andere Sachen. Und jetzt müssen wir jetzt erstmal auf den ersten Lavaweg. Wir machen heute noch, so wie kann ich sagen, die, ich denke mal die Sandinselgalaxie komplett fertig. Und werden, denke ich, auch heute schon zum Boss gehen, dieses Bereichs, dieser Kuppel. So, da hinten ist das letzte Teil, was wir brauchen. Wir müssen jetzt eigentlich übrigens nur 5 Splitter sammeln. Und mehr nicht. Hier sammle ich noch alles ein, was geht. Und werde mich jetzt da, ah shit, hat leider nicht so funktioniert, wie ich dachte. Und jetzt hat es funktioniert. Man könnte auch die Greifstern nutzen, aber wenn es natürlich schneller geht, kann man das auch schneller machen. So, hier würde ich euch jetzt eigentlich gerne einen Trick präsentieren. Der wird nur leider nicht funktionieren. Da ich hier keinen 6-Leben-Pilz habe. Denn für diesen Skip, den ich hier eigentlich immer wieder gerne mache, bräuchte man auf jeden Fall einen 6-Leben-Pilz. Und den hat man eben hier nicht zur Verfügung. Deswegen müssen wir da den ganz normalen Weg gehen. Gut, ich trickte zwar jetzt auch gerade ein bisschen. Aber das ist in dem Sinne jetzt gerade egal, ob ich da jetzt trickse oder nicht. Im Grunde genommen kann ich euch gleich auch noch den richtigen Weg zeigen. Müsst sowieso hier alles abfackeln. Und da zeige ich euch einmal jetzt eben den Skip am Anfang. Und dann eben auch nochmal ganz kurz den richtigen Weg. Oder das machen wir jetzt auch gleich, weil ich gestorben bin. Passt. So. Leider müssen wir jetzt natürlich hier alles normal sammeln. Äh, bin im Sinn tot. Cool. Äh, ja, so sollte es natürlich nicht funktionieren. Ich glaube, es gibt auch noch eine andere Möglichkeit. Also praktisch... Boah, jetzt muss ich aber auch fast immer Stammattacken machen. Aber echt die beste Möglichkeit. Ich glaube, es ist immer ganz gut unten, oben, unten, dann wieder oben, dann wieder unten. Diese Sternensplitter einzusammeln. Ich glaube, das spört am meisten Zeit, wenn man es schafft. So, und jetzt fehlt noch der eine oben. Und das hat echt Zeit gespart, muss ich sagen. Und da hat es funktioniert. Ich habe zwar jetzt einen Stern mit anwesend, aber es ist egal. Und jetzt zeige ich euch auch den ganz normalen Weg, wie er funktionieren würde. Hier würde ich auch abkürzen, aber ich glaube, da brauche ich auch mindestens ein Leben. Es gibt sogar... Ich glaube, es gibt sogar noch eine andere Abkürzung, die man nehmen kann. Nur bei der bin ich da nicht ganz sicher, wie die funktioniert. Also da bin ich wirklich... Da habe ich wirklich dann keine Ahnung, wie die funktioniert. Also man muss da irgendwie auf dieses Teil da hoch und dann darüber und dann wird man von der Schwerkraft dort hinten angezogen. Also ganz kompliziert, deswegen nehme ich die Abkürzung auch nicht. So, wir müssen auf jeden Fall jetzt erstmal runter und uns das Teil holen. Und diese Mission kann frustrierend werden. Das ist wirklich eine Mission, wo ich sagen kann, okay, die kann frustrierend werden, weil wir jedes Mal gegen diese verdammten Igluks... Wenn sie so ausgesprochen werden, ich bin mir gar nicht sicher, kommt. Und das ist so frustrierend, das glaubt man nicht. Ja, geil. Deswegen hasse ich manchmal auch diese Mission einfach nur dafür, deswegen benötige ich auch meistens den Skip. Aber den Kürmer halt hier nicht machen, weil wir für diesen Skip den 6-Leben-Pilz bräuchten und den Hammer halt hier nicht. Der Skip würde, ich würde es euch ja gleich zeigen, es ist eh nicht weit, aber bis dahin. Der Skip würde nämlich so funktionieren, dass ich mir den 6-Leben-Pilz kralle und dann von der Stelle da hinten, wo ich jetzt nochmal hingehe oder hingehen werde. Vorher hole ich mir auch die Feuerblume. Beziehungsweise, ne, ich gehe hoch, um euch das besser zu zeigen. So, jetzt einmal hier. Und zwar würde ein Trick so funktionieren. Dazu gehe ich einmal an diese Seite. So, 1-6-Leben-Pilz. Ich würde mich jetzt hier da dran stoßen, würde ich hier wieder zurück auf die Plattform, dann hier so weiterlaufen und mir nochmal den Hintergrund verbrennen, bis ich da hinten auf dieser Kante bin. Und dann kann man runterspringen zu einem Dings, wo wir noch hinkommen werden. Das werde ich euch aber gleich zeigen, wo wir da hinkommen. So, jetzt aber. Ich werde mich hier mit Mario jetzt ganz langsam fortbewegen. Und ganz langsam, meine ich jetzt auch wirklich langsam. Lassen Sie nicht wieder solche Fehler passieren, wie eben gerade. Noch einmal kann ich schießen. Damit habe ich den da hinten schon mal getroffen. Der ist schon mal weg. So, die kommen jetzt mir hoffentlich gleich nahe oder nicht. Aber ich muss wirklich aufpassen, wo ich hinlaufe. Ich glaube jetzt sogar, an einigen Stellen kommen die Igluks wieder, aber zum Glück hier nicht. Das kann man zum Glück mal sagen. Hier kommen die Igluks nicht wieder. So, einmal und. Zwei mal, sehr schön. Ich würde den jetzt noch. Perfekt. Weghauen und dann haben wir es. Und dann müssen wir eigentlich noch das da anzünden. Und dann erscheint auch die Treppe, womit man nach oben kommt. Jetzt aufpassen, nicht den Hintern am Feuer versorgen. Äh, Quatsch. Verbrennen heißt das. Nicht versorgen, sondern verbrennen. So. Hier wären wir jetzt, wenn man den ersten Skip genommen hätte, den ich erklärt habe. Nicht gezeigt, aber erklärt habe. Würde man hierhin kommen. Jetzt ist die Frage, ob ich hier... Ja doch, ich muss das mitnehmen, leider. Zweimal. Okay. Was anzünden. So. Dazu muss ich halt jetzt... Auch zweimal die Feuerblume nehmen. Dass ich da hinkomme. So. Jetzt haben wir aber zweimal es angezündet. Das Tor geht auf. Beziehungsweise geht hoch. Und wir können mit gekonnten Wandsprüngen hier abkürzen. So. Was ist hier jetzt nächstes? Äh, normaler Weg. Gut. Okay. Jetzt wird hier balanciert auf der nächsten Etappe jetzt. Und zwar schnell. Gut. Wenn man jetzt aufgepasst hat. Da wären wir normalerweise jetzt hier oben. Und da könnte man jetzt runterspringen auf... ...diese Fläche da. Also beim Skip, den ich eben gerade auch erklärt habe. Jetzt wird's ganz blöde. So. Am besten ist jetzt natürlich, wenn man diesen Teilen... ...den Gnadenstoß gibt. Dass die nicht wieder erscheinen. Nur leider ist das nicht immer möglich, wie man sehen kann gerade. Am besten hier auch noch den Gnadenstoß geben. Das ist auch ekelhaft. Jetzt müssen wir die zwei fucking halt anzünden. Oh, die eine hat geklappt. Ich warte jetzt hier, bis meine... ...bis die Blume wieder da ist. Und dann gehe ich auf die andere Seite. Die sollte hoffentlich einfacher sein. Als diese Seite hier. So, jetzt gehen wir auf die andere Seite. So, kann ich eigentlich schon von hier das machen? Nee, leider nicht. Schade. Scheiße. Okay, aber... Ich hoffe... Komm, 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 komm! Nein. Schade. So, wir töten jetzt erstmal diesen Dude. Dann haben wir hier auf jeden Fall freie Bahn. Das zu treffen ist halt wirklich mies. Das muss man einfach auch mal sagen. So, jetzt ist halt die Frage. Wie treffe ich das am besten? Passt das? Nee. So. Ja, jetzt hat's gepasst. Okay. Wir lassen die Vollblume auslaufen. Und dann holen wir uns... ...unsern Stern. Soll ich denn mit... Nee, ich hole ihn nicht mit dem Long Jump. Ich gehe auf das Teil und hole ihn... ...mit dem Teil. Und dann haben wir den ersten Stern. Gut. Ersten Stern des Parts. Hammer. Holy shit. So. Dann würde ich erst mal sagen... ...gehen wir... ...zur... ...ja, zur Sandinsegalaxie. Für einen Stern. Wir machen das jetzt abwechselnd. Sandinsegalaxie. Stern Nummero... ...zwei. Ich weiß auch, was das ist. Das ist auch so eine Art Wettrennen. Halt nur nicht mit einem Item. Jenseits des endlosen Treibstands. Diese Mission haben wir ja schon mal gelesen. Wir haben uns aber dann für den... ...geheimen Stern entschieden. ...dass wir ihn mal... ...dass wir den geheimen Stern machen. Und jetzt machen wir aber wirklich den... ...endlosen Treibstand. Dazu hauen wir alles weg, was hier ist. Und hauen auch dich instant weg. Dann haben wir auch gar kein Problem. Und gehen weiter. Da war ja der geheime Stern. Ich hoffe, wir... ...wir können uns erinnern. Jetzt ist es halt... ...dass wir uns... ...weiter... ...transportieren. Weil ich... ...den unten wird zwar... ...6... ...ääh... ...Lebenpitz geben. Aber das ist egal. So. Hier jetzt einfach dem Sand erfolgen. Rauf. Dann nehmen wir uns die Cooper Shell mit. Am besten. Und wir müssen hier... ...blaue... ...ähm... ...Stern... ...Streibsternpilter... ...ich glaube ich... ...so heißen sie, glaube ich. Okay. Und jetzt wird... ...glaube nur noch eins... ...und das müssen wir wieder Shell holen. Deswegen war es eigentlich dumm... ...von mir am Anfang... ...die Shell mitzunehmen. ...weil wir sie jetzt erst brauchen. Ich glaube wir sind... ...sogar hier richtig. Ja. Zum Glück. So. Jetzt weiß ich noch nicht... ...ob es nach links oder nach rechts geht. Aber ich glaube... ...ich muss den orangenen Pfeil folgen. Ja. Genau. Der orangenen Pfeil... ...dann geht es zum Greifstern. Oder nicht zum Greifstern... ...ah zum Sternring. Wo der grüne Pfeil ihn zeigt... ...keine Ahnung. Ich habe das nie ausprobiert. Deswegen weiß ich das nicht. So. Und jetzt sind wir eigentlich schon... ...am Stern angekommen. Sozusagen. Müssen jetzt hier nur noch aufpassen... ...was wir machen. Das heißt wir holen uns hier ein One-Up. Holen uns hier... ...das... ...und gehen jetzt immer weiter. Sozusagen... ...geben wir jetzt die erste Strecke ab. So. Übrigens nicht den Treibsand-Feind... ...der ist gefährlich. Der Treibsand hier. So. Und jetzt beginnt... ...agentlich ab hier beginnt... ...ungefähr das Wettrennen... ...kan man sagen danach. Wir müssen jetzt nämlich... ...einmal hier zurück. Also einmal hier hin. Runter. Aufpassen. Nicht von den... ...Tornados erwischen lassen. Und müssen jetzt eigentlich... ...hier her. So. Dann am besten so positionieren... ...wie es geht. ...das hier runterstampfen... ...und dann... ...ääh... ...so schnell wie möglich... ...wieder zurück. Denn da hinten... ...ist das Teil mich erschienen... ...auf der anderen Seite. Und das müssen wir uns jetzt holen... ...um zum Stern zu kommen. Und das hat... ...wunderbar funktioniert. Sehr schön. Damit haben wir... ...diesen Stern... ...uns geholt. Und damit ist es... ...unser 60ster... ...ne Quatsch... ...59ster Stern... ...nach der 60ste... ...kommt gleich noch... ...mit der nächsten... ...Mission... ...in der Eisvulkan... ...Galaxie. Wie weit sagt... ...wir holen wieder... ...5 Sterne heute... ...und die Eisvulkan... ...Galaxie... ...bringt uns... ...den heutigen... ...dritten... ...Stern rein. Und eigentlich... ...haben wir die Mission... ...ja schon mal gemacht. Das muss man so sagen... ...wir haben die Mission... ...eigentlich schon gemacht. Zwischen... ...eiskalt... ...und blutheiß... ...nur haben wir die Mission... ...auf andere Weise gemacht. Ihr seht schon... ...wir kennen diesen Parcours. Nur war... ...bei uns... ...komplett... ...eiskalt. Und jetzt ist es... ...zwischen... ...glutheiß... ...und eiskalt. Also... ...könnte... ...sehr interessant werden... ...am besten... ...hier könnte man... ...ich glaube ich auch... ...en Trick anwenden... ...einfach... ...auf die andere Seite... ...mit dem Long Jump... ...aber ich mach's mir jetzt mal... ...nicht so einfach... ...gehe... ...auf die andere Seite... ...einfach nicht so einfach machen... ...und jetzt hier... ...den Sternenring benutzen... ...passt... ...und kommen wir zur nächsten... ...zul nächsten Galaxie... ...zudem müssen wir aufpassen... ...hier sind richtige Eklux am Start... ...und aufpassen... ...vor dem Wasser... ...denn das Wasser ist gefährlich... ...es ist nämlich... ...Eiswasser... ...sollten wir zu lange... ...im Eiswasser sein... ...ist das... ...schlecht... ...für uns... ...denn dann... ...werden wir glaube... ...erfrieren... ...in diesem Sinne... ...deswegen... ...forsichtig sein... ...mit dem Eiswasser... ...so... ...hier nutze ich eigentlich... ...immer diesen Trick... ...um hochzukommen... ...weiß gar nicht... ...wie man das... ...nochmal ablässt... ...im muss man auch... ...vorsichtig vor der Lava sein... ...wie man sehen kann... ...jag glaube es gab hier auch... ...irgendwo einen Schalter... ...der... ...dazu veranlagt ist... ...sozusagen... ...kommst du jetzt her... ...dank ja... ...sozusagen... ...das hier auch... ...runter zu lassen... ...upsala... ...wollte ich gar nicht... ...naja... ...Mario... ...bitte wieder rauf... ...cool... ...danker... ...so... ...wir können es ja einfach mal... ...das One-Up noch mitnehmen... ...ist hoffentlich nicht schlimm... ...es kann da drin sein... ...oder auch woanders... ...ich bin mir jetzt aber... ...absolut nicht sicher... ...wo das ist... ...ist aber auch egal... ...wo es ist... ...den wir nutzen einfach... ...die Abkürzungen... ...nehmt uns die Feuerblume mit... ...na shit... ...und verkacken jämmerlich... ...bei im Versuch hier rauszukommen... ...naja... ...okay... ...das war jetzt vielleicht etwas... ...dumm von mir gemacht... ...ich gebe... ...das gebe ich zu... ...aber jetzt haben wir's... ...da müssen wir jetzt nur noch rüber... ...auf die andere Seite... ...ja... ...natürlich habe ich jetzt... ...Eiswasser-Alarm... ...und jetzt müssen wir eigentlich nur noch... ...beide fucking anzünden... ...und dann... ...erscheint der Sternring... ...und wir können weg hier... ...und dann sind wir schon... ...an dem Ort... ...wo wir schon mal waren... ...nur jetzt... ...in sozusagen... ...fieser... ...weil jetzt eben... ...nicht nur noch... ...glut heiß ist... ...sondern auch noch... ...verdammt... 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 ...nuch... ...nuch weiß... ...nicht mehr... ...eiskeit ist... ...sondern auch noch warm... ...brauchen wir jetzt nämlich... ...diese... ...wunderschöne Eisblume... ...um hier durchzukommen... ...ja... ...und das hat... ...wunderbar funktioniert... ...ich hasse das manchmal... ...ja... ...ach komm... ...ich darf das Ganze... ...ja okay... ...ich mach das Ganze nochmal kurz... ...bis dahin... ...jetzt zeige ich dir aber kurz die... ...Abkürzung... ...die sehr knapp ist... ...aber... ...so geht das hier... ...und wir sehen uns gleich... ...auf dem finalen Planeten nochmal wieder... ...ja... ...so... ...wieder zurück auf den Planeten... ...und äh... ...wir versuchen das jetzt... ...noch ein zweites Mal... ...und jetzt sieht's doch schon... ...deutlich besser aus... ...oh hier gibt's aber jetzt... ...übers auch Goombas... ...okay... ...sehr interessant zu wissen... ...wir sollten auch immer... ...eine weitere Eisblume mitnehmen... ...und praktisch nicht... ...und unsere Eisfähigkeit zu verlieren... ...das wäre... ...sehr blöd... ...wenn wir die verlieren würden... ...aber ich bin ein cooler Ding... ...dass wir es geschafft haben... ...sehr schön... ...damit ist der vierte Stern hier... ...ne... ...quatsch... ...der dritte... ...und damit müsste auch die Eis-Vulkan-Galaxie... ...beendet sein... ...hoffe ich zumindest... ...hat mich jetzt... ...vor Anläufe gebraucht... ...aber egal... ...passt schon... ...zwischen Eiskalt und Glutheiß... ...das war's also... ...die Mission... ...und jetzt geht's noch... ...zur letzten Sand-Insel-Galaxie-Mission... ...ich glaub wir haben sogar 60 Stern jetzt insgesamt... ...ja Hammer... ...Sand-Insel-Galaxie... ...fehlt uns noch... ...ein Stern... ...und eine Komete... ...fällt mir grad mal so auf... ...oh... ...okay... ...Komete fehlt also noch... ...die Riesenfalle in der Wüste... ...ist jetzt aber erstmal dran... ...und das ist sie... ...die... ...Riesenfalle... ...und wir legen los... ...mit... ...dem hier... ...okay... ...so... ...kann man eigentlich eigentlich auch so hoch... ...nein kann man nicht... ...schade... ...egal... ...wir müssen einfach nur das hier... ...ein bisschen nach oben transportieren... ...oder beziehungsweise den... ...den folgenden... ...ääh... ...den folgen... ...ja Mann wie heißt denn das... ...ich hab vergessen wie das... ...wie sowas heißt... ...Schalter rein stampfen... ...genau sowas... ...Schalter hieß das ganze Teil... ...Schalter rein stampfen... ...und dann... ...weegt ihr das ganze schon nach oben... ...und wir sind eigentlich soweit... ...fertig... ...und können hier... ...schon zur Riesenfalle... ...aber es wird natürlich nicht alles... ...gewesen sein... ...das ist euch hoffentlich... ...klar... ...dass das höchstwahrscheinlich... ...nicht alles war... ...so wir müssen jetzt nur... ...wieder da drauf... ...und ich muss gucken... ...wo ich jetzt hin muss... ...ungefähr... ...weil ich weiß es einige... ...positionen gibt... ...da war es... ...die ich... ...die ich mit dem Panzer treffen muss... ...oder eine Position... ...mindestens mit dem Panzer... ...oh shit... ...jetzt muss ich auch weiterhin aufpassen... ...einfach... ...und gehe am besten... ...wieder ganz nach oben... ...da war Nummer 2... ...und zum Glück bin ich nicht... ...in den Cooper... ...reingerannt gerade... ...da ist Nummer 3... ...das hier... ...ist dann auch definitiv... ...Nummer 4... ...und Nummer 5 ist auch... ...einfach zu erreichen... ...also... ...mehr oder weniger... ...einfach zu erreichen... ...das ist Nummer 5... ...ich muss da einmal kurz wirbeln... ...und dann muss ich gucken... ...wo es wieder hochgeht... ...natürlich könnte man jetzt auch... ...das Ganze wieder runterlassen... ...aber... ...ich glaube so geht es schneller... ...und dann sind wir... ...auf einen anderen Planeten... ...die nicht zu der Riesenfalle zählt... ...oh ich muss aufpassen hier... ...ganz wichtig aufpassen... ...da haben wir es schon befreit... ...und dann... ...geht schon weiter... ...auf den nächsten Planeten... ...der hier ist... ...ah... ...ok... ...und dazu müssen wir jetzt... ...sofern ich noch weiß... ...runter... ...Kokosnüsse... ...hups... ...hat ja wunderbar funktioniert... ...Kokosnüsse hochschleudern... ...wenn das dann mal funktioniert... ...eine reicht vollkommen aus... ...dann diese Kokosnuss... ...und noch dahinter schleudern... ...was überhaupt nicht funktioniert hat... ...wo sind die jetzt hin... ...nuss Nuss... ...ach da ok... ...so man kann es aber mit Kicks kurz... ...in Position bringen... ...dann hat man das getroffen... ...und dann... ...einmal... ...drauf springen reicht... ...da erscheint der... ...Sternenring... ...und dann geht es für uns... ...immer noch nicht... ...doch zur Riesenfalle schon... ...aber wir müssen... ...trotzdem aufpassen... ... deswegen habe ich... ...sicherheit hier nochmal unten... ...eine Stampertage jetzt gemacht... ...müssen auf jeden Fall jetzt... ...richtig aufpassen... ...den wenn wir... ...sobald wir in der Riesenfalle... ...drinne sind... ...gibt es für uns praktisch... ...kein Entkommen mehr... ...das werdet ihr jetzt auch gleich sehen... ...da ist die Röhre... ...die bringt uns rein... ...und jetzt... ...ab jetzt... ...müssen wir uns sozusagen... ...einfach beeilen... ...weil die Riesenfalle nämlich... ...unter geht... ...oh shit... ...als ob ich das nicht schaffe... ...ok... ...jetzt habe ich... ...vielleicht doch schon... ...verkackt... ...ich weiß es noch nicht... ...ahh... ...jetzt definitiv schon verkackt... ...hey... ...schiete... ...ich muss auf jeden Fall jetzt... ...etwas schneller sein... ...das ist jetzt... ...denke ich mal klar... ...oh shit... ...da habe ich halt jetzt... ...absolut nichts zerquetschen lassen... ...und dann haben wir es doch geschafft... ...okay... ...sehr gut... ...dammit haben wir den Stern... ...und... ...sind hier durch... ...in der Riesenfalle... ...zum Glück... ...dammit haben wir den vierten Stern der Folge... ...und wir machen jetzt noch... ...den Bossfight... ...so zack... ...speichern... ...soll jetzt hier nicht der Komet erscheinen... ...und das tut er nicht... ...warte... ...hier fehlt noch ein geheimer Stern? ...ja... ...hä... ...hier gibt es zwei Geheimstars... ...oder was... ...in der Riesenfalle ist einer... ...oh... ...okay... ...dann klar Planänderung... ...machen wir den geheimen Stern noch... ...ja... ...drück mir den Schalter... ...danke... ...ja da gibt es halt die Planänderung... ...da machen wir jetzt noch die... ...den Geheimstern... ...wo auch immer der sein soll... ...ich habe absolut leider keine Ahnung... ...wo der... ...Geheimstern sein soll... ...ich habe aber so eine gewisse Vorahnung... ...bei einer Insel... ...wo ich vorhin war... ...beziehungsweise wo ich noch nicht war... ...wir hatten ja schon eine andere Insel gesehen... ...und zwar die da... ...ich glaube das ist die Insel die wir brauchen... ...für den Geheimstar... ...und da kommen wir glaube ich auch nur hin... ...wenn man... ...folgendes macht... ...also die Insel bleibt jetzt auf jeden Fall noch... ...so viel kann ich sagen... ...die Insel bleibt jetzt so wie sie ist... ...hier holen wir uns die ganzen... ...Teile ab... ...so das Hammer... ...jetzt suche ich mir den Aufgang... ...der ist hier... ...nehme das Teil mit... ...und gehe hierher... ...hue mir das Teil... ...und dann gehe ich wieder hoch... und geht dadurch so jetzt kommt noch zu den planeten genau dem hier wo ich glaube dass ich das teil verpasst habe und zwar das da rein zu stampfen ja okay und jetzt ist auch für mich klar was ich hier machen muss einfach mal alles folgen die musikteile mitnehmen und dann in diesen sternring und dann kommen wir noch mal zu einem zweiten geheimen stern okay war mir in dem moment gerade nicht bewusst ich dachte es gibt nur ein geheimen stern gibt es aber leider nicht so wir müssen jetzt warten bis das hier schießt und den kugel wie auf uns lenken jetzt praktisch die kugel wie erst mal so weit lenken bis das hier ausgefahren ist und ich sehe den stern den sollten wir jetzt bestmöglich hier auf diesen stern lenken dass er ihn befreit und das zweite bestmögliche ist jetzt dass wir das teil wieder runterfahren lassen und dass uns die knochen trocken erwischen und dass wir uns ganz friedlich und in ruhe diesen stern holen können dankeschön sehr schön da haben wir den geheimstein auch noch geschafft okay hat sich die planänderung noch gelohnt haben unsere fünf sterne haben wir so oder so erreicht passt gut dann geht es aber im nächsten part im feine in den bosskampf dieser kuppel und dann geht es weiter hoffentlich mit auch den kometen hier und mal schauen was wir sonst noch so kriegen also bis dahin und ciao bis zum nächsten Mal